Herzlich Willkommen Leute zu einer kleinen Runde Call of Duty Black Ops 4 mit Kapuze, Alex und Items. Hallo! Hallo! Der, jetzt, Dallo. Bist bereit? Kapuze ist ein Nomad. Kapuze ist ein Nomad. Ich bin nie mad. Ich bin nie mad. Ja? Bist der Prophet, ja? Ich glaube hier ist ein Affe. Ja. Der Dallo rennt, hahaha. Das ist auch lustig. Affen-Joke gemacht. So, jetzt geht's Ria auf die Fresse. Affengeil. Die dürfen nicht unsere Zogen übernehmen, hast du verstanden Kapuze? Jaaa. Nicht. Da sind ganz alle hier bei B im Wasser. Ah shit. Okay. Ich hab B. Da rennt ne Krabbe rum. Oh, da ist schon wer oben. Scheiße. Gleich kommt's eigentlich links, wenn du rauf gehst, links. Ah. Ma-ba-ba-ba-ba. Gleich links, oder? Oh. Oh. Wuhu. Wow, wow. Da ist schon einer von unserer Base, what the fack? Was ist denn für ne Aktion von ihm? Wollte mich ein bisschen besingen und deinen Kerl zeigen und bei mir schwanken elf Pads von 60 auf 140, immer wieder. Echt? Ja. Wir sind zwei. Wir haben ein Reaktor ready. Ich will es viel zu schnell, dann können wir den Shark spielen wieder, bitte. Alter, ich setze überhaupt nicht gerade. Boah, jetzt schon. Wir haben nur noch weniger Leben. Die haben uns voll weggefickt. Wir losen in A, hat er gesagt. Boah, mein Arm ist weggeflogen. Loll. Warum? Hellstorm-Rakete. Oh, das ist richtig scheiße. Der Asport ist gleich weg. B ist halt kein Weg, ne? Alter, bei B ist jetzt voller Party. Die scheiße zieht halt auch echt nach unten, ne? Oh nein. Oh! Das ist schlecht. Hey, ich habe doch einen... Hä, ich dachte, Close Combat ist ein Hits. Wer hätte gekleckt haben. Nix. Close Combat nur mit dem Bowie-Knife, sonst zwei Hits. Gibt kein Running im Nahkampf. Yo! Keine Wiedereinstiege mehr. Und ich bin gegen den Prestige gestorben. Oh, wir haben nur noch drei Leben. Alpha lost. Ich bin ja verloren. Die Stars have overrun all zones. Der darf mich noch killen, what the fuck. Hm. Das war nie so gut. Oh, guck mal. Ein Tiefseetaucher. Oh. Der Tiefseetaube, Alter. Was hat er denn für eine interessante Waffe schon wieder? Haha, der hat kaputt im Rucksack kaputt geschossen. Ja, das ist eine geile Hitbox, der Rucksack. Was ist, schwere A oder B? B, ne? Ich würde sagen, B ist schwieriger, eins zu nehmen. Alter, der Typ mit seiner Shotgun geht mir so auf den Single. Oh, im Ehepakt, der Intruder. Ah, W ist Emerald. W ist ja nicht, ich fühle mich da drauf. Ich fühle mich da drauf. Wir müssen, wir müssen. Wacke, kümmer, Wacke. Ah, auf der anderen Seite auch. Und der Shotgun hat 1 HP. Ah, der Schlag hat 1 HP. Weiss, auch wir müssen... Alter, beteil dich mal! Ruhig doch, ist doch auf cooldown, wenn ich hier die ganze Zeit pieke. Hey bitte, warum bin ich so schnell tot? Wegen der Schrotflitte. Warum ist das eine in der Base, der fängt den Respawn ab? Linke Seite, da wo du jetzt reinläufst Alex. Ah, ich bin warm. Das war nicht schlecht, aber es war nicht gut genug. Die gute Angriff. Ja, ich weiß. Ich finde es gut, dass wir unseren Brokers nicht komplett niedermähen können. Wir haben einen Lebensvorteil, aber wir tappen zu wenig. Die eine Minute geht schnell rum. Ja, Leute, der löffert. Wie kann der mich mit einem Schlag eigentlich töten? Oh, da ist im Wasser. Ein Schlag. Ja, ja, ja. Von hinten oder von der Seite. Der war vorne. Dann hat er wahrscheinlich einen Ball und er drauf. Ich habe FUV oder URV. Scheiß drauf. Da sind zwei Leute noch auf dem A-Spot. Auf der linken Seite. Hier Cates noch, dann haben wir ihn. Da habt ihr das Ding, das habe ich jetzt gemacht. Schau, links oben. Keine kleinen Pfadfinder. Behen für mich. Der eine scheint noch hinterm Fenster zu stehen. Im Wasser, im Wasser. Wunderbar. Und ich bin der Leer Last Survivor. Fuck. Ja, ich habe der Typ mit Fenster sogar gecault und wurde von ihm gekillt. Kommt. Auf dem A-Spot. Hallo Kartl. Schön. Und kommts. Ich tapp gerade B. Gerade auf dem A. Achso. Jawohl. Komm jetzt. Jetzt kriege ich noch den Abschlusscam wegen dem einen Ding auf dem A-Spot gerade eben. Dann bin ich happy. Dann bin ich happy. Komm schon. Das wäre doch mal was. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Der hat gewonnen. Der ist der Schmidt. Der schaut doch mal in den Schmidt an. Der ist das Schmitte. Ja, den Alex mal weggerotzt war auch keine Challenge. Ja. Mich auch noch. Ich fette dich. Der Klantik ist awesome. Ja. Doof. Da liegen Container im Wasser. Da wird sich Greenpeace aber nicht freuen, meine Herren. Der wer? Greenpeace. Greenpeace. Herr Greenpeace? Na klar. Die achten doch auf alles, was im Groen ist. Kennst du Herr Greenpeace? Sehen wir hier auf der Grundschule mit dem Herrn Greenpeace. Ja. Jetzt dich gar nicht auf. Scheiße. Wow. So. So geht übrigens. Schade. Wow. Ich kriege einen One-Shot ab, ey. Ich verstehe manchmal nicht, warum man einen One-Shot von Waffen kriegt. Ähm. Aber warum man eine Rüstung anhat. Wenn die Waffe stark ist. Wir losen B. Wir losen B. Was ist passiert? Ich stehe so kurz. Ich habe hier einen Party-Gast. Oh, er wollte mich. Ja, der, 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 der. Er lässt mich nicht. Hinter mir. Ach, du Cluster? Ja. Ja. Defending A. Hostile UAVs. Alter, diese Shotgun ist so hart von dem Typen auf A. Ich habe ihn endlich gekillt. Ja. So muss das. Defending Summer Bay. Oh ja, Klaus sieht er mich. Oben steht er. Ach. Kein Bock mehr. Ach. 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 Ist das denn mal gut? Na, kein einziges Mal in Daumen. Nene, 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 nene. Boah. Was bieten wir einfach? Wir sind noch im Kühlvorteil. Bist das schnitzel, Arschloch von vorhin! Fuck! Oh, ich bin richtig drin. So fühlt sich als ein Pro-Spieler, wie ich gerade hier abkriege. Immer schön. Na klar, der Wille war rar. Was bringt der Wille, wenn man eine Kapuze wohl mit dem Team hat? Was bringt der Wille, wenn man Kapuze wohl mit dem Team hat? Wenn ihr den, dann habt ihr den Wille. Wenn man gleich aufgeben. Hier, das ist natürlich Fall verstanden. Na ekeler. Weil ihr den nie mehr... So hier, mein Hund kommt und frisst jetzt ein paar Leute auf, gell? Bis ich auskenn's. Aber das wird er gerne machen. Komm frisst du Arschhund! Der Hund ist buggy, der funktioniert halt einfach nicht. Na, er frisst noch nicht, der Trottel. Ja, der ist halt doof. Das ist ein blöder Hund. Friss! Er steht da und schaut im Kreis! Ja, ohne den Hund bin ich gerade gestorben, weil er nichts gemacht hat, ey. Schlecht erzogen ist die. Ey, was ist der fuck? Das ist der... Der Hund ist tot. Der ist hier einfach nur da gestanden. Er hat nichts gemacht. Ja. Das ist der Alams, der schon auch immer im Feindenzentrum. Ja, wir müssen sagen, wie war sie? Der Hund hat nichts gemacht. Oh nein, die hält noch. Kommt, die hält noch. Oh Gott. Äh, ist bomb. Hilfe live. Achso sie. Oh Gott, nachladen. Fünf gegen drei. Einer kommt von rechts gerade auf den Spot. Fuck, der hat mir echt einen Mondshot. Ich weiss nicht wo er ist. Einer ist auf B drauf. Nein! Na, die könnten was gut machen, da. Na, die könnten was gut machen, da. Ja, nein. Ich wurde geblendet, ich sehe nix. Scheiße. Sieh stark. Ja, aber nimm mal jetzt. Schau mal! Eins gegen zwei. Eins gegen eins. Ja, ich... Geil, die Flash bring abkrieg's. Du weißt, was auf A drauf ist. Ich hab' ich aber auch noch angeholt. Wubbeleih. Tatlbub. Ja, so hab ich's. So, so, so hab ich ihn trainiert. Alims. Dein Hund hat aber schlecht trainiert, ey. Hast du gut gemacht, ja. Dein Hund hat dafür gar nicht... Dein Hund hat dafür gar nicht... Dein Hund war unter... Der schwitzt gerade gerade. Ah, der Wurm. Guck den... Schau mal, der Hund an! Schau mal, der Hund an! Schau mal, der Hund an! Schau mal, der Hund nicht gemacht! Der fucking Hund! Schon nichts macht da drei Gegner! Drei Gegnern und bellt nur auf dem Hund! Schleifert ihn ein! Aber so ein blöder Hund! Der hat nichts gemacht! Der hilft genau Kapuzenwurm erzogen, ey. Ne, das ist genauso wie Kapuzenwurm erzielen würde. Ja, genau. Ich wär' richtig streng, ja. Ja, mal gesehen, wie streng du bist, ey. Ja, ja, ich wäre. Aber... Der kann ja... Der ist ja... Unlehrbar, der blöde Hund! Off! Wo bin ich jetzt gestorben schon wieder? Unlehrbar! Unlehrbar! Irgendwann... Mein Hund ist unlehrbar gewesen! Unlehrbar! Haben die bessere Waffe jetzt nicht? Oder warum fühlt sich das immer so komisch an? Ah, weil die dich umbringen wahrscheinlich. Ja, aber so super schnell! Oh Gott! Es ist einfach das Spiel, das man nicht mitkriegt! Der Hund kriegt das Spiel nicht mit. What the hell? Ja, wir müssen... Ich glaube, wir müssen echt auf Leben spielen, bitte. Ja, das wird nix. Da liegen wir schon gut hinten. Ja. Und wenn wir nicht capturen, dann geht die Zeit schneller. Und guck mal, wir haben noch 30 Sekunden. Oh wow! Du musst capturen, damit die Zeit stehen bleibt. Ich capture, ich capture gerade. Jo, natürlich besprieten auch einer, warum? Ja, von unserer Base kommt der... Ja, warum? Der hat mich auch gekillt, aber warum? Ja, weil er von da aus halt die intelligentesten... Ja, aber wie kommt das von da? Ja, er kann ja nicht über die ganze Map bewegen, so ist es nicht. Ja, genau. Nächste Runde könnte ein Problem werden. Ja, wieder von hinten, wieder von hinten. Bäh! Natürlich zwei... Hast du den Dalu? Ja, ne, da war noch einer, da war noch einer da. Schmidt steht da auf der Ecke. Nein. Gasse. Alter. Meine Strahlenverbrennung hat gegen gar nichts gemacht. Die Ulti ist so dumm. Das ist keine Ulti. Doch, die hat gerade benutzer bei mir. Achso, okay. Die Wormaschine ist so dumm, weil du nicht rauskommst. Die Wormaschine ist so dumm, weil du nicht rauskommst. This is it. No lives left. Fuck. It's your final. Ja, wir sind schon... ... ziemlich down. Das sind mal ein bisschen viele da. Ja. Drei sind auf jeden Fall auf A. Von den neun. Ja. Jawohl, schieße mit dem Pimmel. Achso, das war ne Frau. Geh schon. Oh, da taucht wer. Ja. 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 Da haben wir den jetzt blau angezeigt. Kann man das nicht mal verraten? Oh wow. Das ist doch selbst die Crap Machine. Natürlich, weil mein Nomad ja weggenommen worden ist. Also du kannst ja... Du hast ja einen Hund zum Reden. Du kannst ja fragen, wen du willst. Der kannst ja nicht mehr wechseln. Nein, aber du hättest ja vorsagen können, wem du willst. Ja, da war ich im Ladebalken. Ja. Ja. Geh mal diese Ladebalken. Mein Hund ist wenigstens interessiert, der kann wenigstens Handstand und so Zeug. Und nicht nur rumsitzen. Ja, meiner ist ein bissel sehr blöd. Nein. Der ist ziemlich dumm, ja. So ein bisschen üblich. Ja. Ich verliere gegen den Shotgun. Ich bin bei B. Scheiße, muss ich glaube ich A dann eher. A. Ja. Wie auch immer ich das gerade getötet habe, das Wunsch. What the fuck. Was war das denn? Okay. Ja kaputt, ich dachte du machst die linke Seite. Naja, da war ich gerade, aber ich dachte dann... Was du jetzt hier? Oh nein, das Schild. Einer das Schild. Ja, dann geh ich jetzt wieder rüber. Ja, auch dir ist das Schild. Keine Chance gerade. Der was auch schießen kann. Der was auch schießen kann. Ja, ja. Mit die stärkste Sache finde ich sogar. Ja, ja. Hinter mir. Boah. Hinter, hinter, hinter. Schuld uns auf Base Comparer. Auf A, auf A. Oh, auf A. B, sorry. Der stirbt halt einfach da oben nicht. Was ist denn das? Hm. Give it everything you've got. Finish strong. Oh fuck. Ah, ja. Die waren hinter mir. Oh damn. Ich habe die A-Spot freigelassen. Ich bin tot, auf dem A-Spot ist einer, der taggt. So, jetzt kommt wieder mein Hund. So und jetzt mach was. Jetzt machen wir's. Wo ist mein Hundi? Komm renn. Shit. Oh, Leute. Oh, da sind noch mehr Leute auf B, Alter. Oh, da sind noch mehr Leute auf B, Alter. Oh, da sind noch mehr Leute auf B, Alter. Da nennen Sie mich Koro Kooperal. Der Hundi macht was. Der Hundi ist richtig dabei. Daheim gibt's Frohlich. Komm, renn. Im Wasser ist unten einer, im Wasser, der killt alle weg. Ist mein Wunsch schon tot? Achtung, da kommen 20 Leute. Wer ist der? Oh, okay. Mistakes were made, Edems, aber wir haben es. Ja, ich habe gerade versucht, den Spot zu checken. Wir haben gewonnen. Wir sind in Kapuza. Der beste Moment war, wo ich mich gerade selbst umgebracht habe. Ja, wir haben es geschafft. Ah, nicht mein Hund. Vielleicht siehst du ihn. Alex, wo ist mein Hundi? Ich weiß es nicht. Ja, such ihn. Da schwimmt der wer. LOL. Einfach, da geht es eh nicht. Das ist eine spannende Runde. War ein strenges Match, Leute. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Schreibt mir einfach mal. Tschau. Tschüss. Tschüss.